Healthy Habits, dein Podcast für ein gesünderes Leben von Kale & Me. Herzlich willkommen zum Healthy Habits Podcast von Kale & Me, dein Podcast für ein gesünderes Leben mit Anne-Marie und Stella. Wöchentlich besprechen wir in diesem Podcast sämtliche Routinen, die einen positiven Einfluss auf eure Gesundheit haben können. Denn wir wollen euch dabei helfen, eure Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Und da unsere Expertise vor allem im Bereich Fasten liegt und wir den Anspruch haben, die Themen wissenschaftlich fundiert zu beleuchten, laden wir zu jeder Folge ExpertInnen ein aus dem jeweiligen Feld. In diesem Sinne, jede Veränderung hat einen Anfang und manchmal ist das ein Schluck Saft. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zur Auftaktfolge der zweiten Staffel unseres Healthy Habits Podcasts. Für diesen Aufschlag haben sich Stella und ich direkt eine besondere Herausforderung gestellt, denn wir haben ein absolutes Schwergewicht der Podcast-Welt an den Tisch geholt. Aber nicht, um mit ihm über Podcasts zu sprechen, sondern weil er zudem ein Experte auf dem Feld der Psychologie ist. Wir wollen diese erste Folge nämlich der psychologisch-wissenschaftlichen Theorie hinter dem Thema Routinen widmen. Unser Podcast heißt zwar Healthy Habits, also gesunde Routinen, aber wer sagt eigentlich, dass Routinen überhaupt Sinn machen? Und daher freuen wir uns jetzt riesig, dieser Frage gemeinsam mit Lukas Klaschinski auf den Grund zu gehen. Die meisten von euch werden Lukas als einen der beiden Stimmen aus dem Podcast Beste Freundinnen kennen, der auch als der ehrlichste Männer-Podcast der Welt gilt. Und gestartet in 2014 mit seinem besten Freund Timo Neitzel, gilt Beste Freundin heute als einer der meistgehörten Podcasts in Deutschland. Lukas macht aber eben noch viel mehr als das, denn seine Liebe zur Psychologie fand sich schon sehr, sehr, sehr früh in seinem Leben, genau genommen mit drei Jahren. Da hat er nämlich schon in Restaurants erste Therapiegespräche geführt, ohne wirklich zu wissen, dass es welche waren. Danach startete seine Karriere dann zunächst als Volontär beim Radio, er arbeitete in der Werbeindustrie und neben seiner Arbeit als Moderator studierte er schließlich dann Psychologie. Danach kam immer mehr der Wunsch in ihm auf, diese beiden Welten, also die Medien und die Psychologie miteinander zu verbinden und somit entstand eben nicht nur der Podcast Beste Freundin, sondern auch ein ganzes Ökosystem diverser Podcast-Formate. 2015 hat er dafür die Audioproduktionsfirma Auf die Ohren gegründet mit heute über 20 Mitarbeitenden und mehr als 30 Formaten, darunter auch den beliebten Psychologie-Podcast, so bin ich eben mit Stefanie Stahl. Anfang des Jahres wurde dann sogar auch noch ein Buch geschrieben mit dem Namen Fühl dich ganz und jetzt ist er hier bei uns und daher Manege frei. Herzlich willkommen, lieber Lukas. Wir freuen uns riesig, dass du heute Gast bei uns im Podcast bist und ich starte jetzt mal direkt mit der ersten Frage rein. Im Intro haben wir ja schon viel darüber gehört, dass sich bei dir beruflich viel um das Thema Gesundheit vor allen Dingen für den Geist dreht. Aber was ist Gesundheit eigentlich überhaupt generell für dich? Ja, also ich finde, man sollte das nicht einzig auf den Geist konzentrieren, sondern Körper, Geist und Seele. Wir machen immer so eine Trennung. Das gehört ja eigentlich zusammen. Das ist so ein Gesamtkörper, in dem wir leben und da braucht es verschiedene Sachen, die wir diesem Körper zuführen. Zum Beispiel Natur, Bewegung, Austausch, Kontakt, seelischer Tiefgang, Ernährung, um Gesundheit zu erzeugen. Das ist so ein bisschen wie ein Auto, was wir befüllen müssen, damit es fahren kann. Und Gesundheit heißt für mich eigentlich, ein inneres und äußeres vitales Gefühl zu haben, das machen zu können, was ich möchte. Ein angenehmes Gefühl von Schub zu haben in seinem Leben, auch einen Antrieb zu verspüren, aufzuwachen und zu sagen, ja, ich freue mich auf den Tag. Und klar, es darf auch Phasen geben im Leben, wo das eben nicht so ist, aber dann können wir davon ausgehen, dass wir gerade in diesen Phasen zum Beispiel mental nicht so gesund sind. Also für mich ist das ein ganz, ganz ganzheitlicher Blick und in der Psychologie kommen immer mehr Facetten dazu, dass wir einen 360-Grad-Blick gewinnen. Ja, das macht total Sinn. Wir sprechen ja in unserem Podcast hauptsächlich um gesunde Routinen. Healthy Habits ist ja auch der Name. Wie sieht es denn da eigentlich aus der verhaltenspsychologischen Sicht aus? Was ist eine Routine? Also was würdest du als eine Routine beschreiben? Das ist eine Tätigkeit, die wir öfter gemacht haben und die sich einstudiert hat und die wir ohne viel kognitiven Aufwand dann wiederholen. Und Routinen haben wir eigentlich umgangssprachlich eher im angenehmen oder im gesunden Sinne abgespeichert, dass wir zum Beispiel morgens aufwachen und erstmal uns zehn Minuten dehnen. Das kann eine gesunde Routine sein. Aber es gibt natürlich auch sehr, sehr ungesunde Verhaltensmuster. Manche nennen sie Routinen, wie zum Beispiel, wenn jemand sagt, hey, immer wenn ich mir eigentlich Kontakt und Kommunikation wünsche, habe ich damals angefangen, irgendwie eine zu puffen. Und das ist heute zu einer Sucht geworden, zu einer ungesunden Routine. Also es geht in beide Richtungen, dass sich einfach Verhaltensweisen einschleifen und das brauchen wir auch. Routinen geben uns ja auch Struktur. Routinen verlangen kognitiv nicht so viel von uns ab. Manchmal fragt man sich bei Leistungssportlern, wie machen die das eigentlich, dass sie das ableisten können? Und klar ist das ein Wahnsinn und gleichzeitig wäre es ohne Routinen, die sie haben, wo sie eben nicht mehr so viel kognitiv und körperlich ableisten müssen, wie jemand, der gerade erst einsteigt, nicht möglich. Ja, also der Kopf muss im Prinzip weniger Arbeit leisten, um dieses Verhaltensmuster umzusetzen. Es wird leichter mit Routinen, 100 Prozent. Und die Frage ist immer natürlich, wie kommen wir zu Routinen, was sind so die großen Fallstricke? Aber ich denke, da kommen wir auch noch im Laufe des Gesprächs drauf. Ja, total gerne. Du hast aber gerade schon angesprochen, das sind so Muster, die sich einschleifen. Man muss das wahrscheinlich so eine bestimmte Anzahl von Malen gemacht haben, bis eine Routine draus wird. Gibt es da eine bestimmte Anzahl, wo du sagst, ja, ich muss das, also man sagt ja oft 60 Mal, manchmal auch 33 Mal. Hast du da Erfahrung, wie oft man etwas machen muss, dass es zur Routine wird? Es gab ja lange so eine Zahl zwischen 20 und 30, dass die Wiederholungsanzahl ist, die gebraucht wird, um das neuronal einzuschleifen. Das kam von einem amerikanischen Chirurgen, Maxwell Maltz heißt er, glaube ich. Und der war klassischer Chirurg, hat verschiedene Operationen vorgenommen. Und der hat festgestellt, dass seine Patienten erst nach 21, 25, 30 Tagen damit wirklich zurechtgekommen sind mit dieser Veränderung. Und daraus hat er geschlussfolgert, dass es mindestens diese Anzahl an Tagen braucht, um eine Routine einzuschleifen. Irgendwann hat man das mindestens dann weggelassen und hat einfach gesagt, oh ja, das ist eine Zahl, die ist leicht und gut zu verstehen, die nehmen wir jetzt. Die klingt gut genug, um irgendwie inspirierend zu wirken und ist irgendwie auch lang genug, damit man sagt, ja, das stimmt. Weil wenn man jetzt sagen würde, man müsste was fünf Mal machen, dann denkt man, nee, das kann nicht sein. Es gab dann auch verschiedene Studien dazu, eine am University College of London, die hat verschiedene Verhaltensweisen beobachtet bei Menschen, Essen, Trinken etc. Und hat untersucht, wie lange braucht es denn, dass sich wirklich eine Routine einstellt. Und die kam auf die Zahl 66. Ich wäre tatsächlich nicht ganz so streng mit den Zahlen und würde roundabout sagen, zwei, drei Monate, wo man kontinuierlich was gemacht hat, ohne zu große Aussetzer. Ohne, dass man mal drei Wochen pausiert hat, zwei Wochen pausiert hat. Also das Wichtige bei Routinen ist nicht nur die Dauer, sondern auch die Kontinuität in der Durchführung, dass ich, wenn ich von der Spur mal abkomme, schnell wieder raufkomme und mich nicht dann total fertig mache und sage, oh Gott, jetzt bist du von deiner Routine abgekommen. Das geht ja gar nicht, sondern hey, was ist denn mein Plan B? Wie komme ich dann schnell wieder rauf? Das eine ist ja so ein bisschen diese Betrachtung, okay, ich ziehe diese Routine durch mein Leben durch, bis es mir irgendwann leichter fällt. Und dann dieser Bruch zwischen, okay, jeden Tag muss ich mich dazu bringen und ab morgen wird es leichter, weil dann ist sie implementiert. Werfen wir jetzt mal einen Blick auf diesen ersten Moment, also dieses erste Mal, diese Routine durchzuziehen. Wir bei CalME beschäftigen uns ja total intensiv mit dem Thema Fasten und für ganz viele unserer KundInnen ist eben so ein Fasten ein Routinen-Setup-Kick-Off sozusagen. Also ich faste und dann danach habe ich eine neue Routine irgendwie gestartet. Warum ist das denn psychologisch so, dass die Menschen quasi einen solchen Kick-Off brauchen? Zweites Beispiel ist ja Neujahr. Genau, Neujahr oder es gibt auch lebenseinschneidende Momente. Ich hatte zum Beispiel einen ganz schweren Kite-Unfall mit einem Erlebnis, wo ich ganz nah am Tod vorbeigeschrabbelt bin. Und seit dem Erlebnis hat sich sehr viel in mir verändert. Ob es genug ist, das weiß man immer nicht, das zeigt die Zeit. Es gibt einem manchmal diesen Blick aufs Leben nochmal neu rauf zu gucken. Häufig sind wir in unserem Alltag sehr gefangen und bekommen das alles gerade so hin. Das ist ein bisschen wie mit Feuerbällen jonglieren und man weiß nicht, wo die Zeit geblieben ist. Und so ein neues Verhalten, so eine neue Perspektive schafft einfach Abstand zum eigenen Leben. Und wir können nochmal neu raufgucken und sagen, was sind denn die Parameter, die ich eigentlich verändern möchte? Weil sonst rauschen wir häufig durch unseren Tag so durch und sagen, ja, ist doch alles gut. Und das, was nicht gut ist, wird wegbetäubt mit Social Media, mit anderen Mitteln, die wir so zur Verfügung haben. Und also Fasten hat ja auch viel mit dem zu tun, was im Körper vorgeht, darauf zu hören. Weil da passiert ja auch ganz viel im Körper. Und auch zurückgeworfen werden auf unangenehme Gefühle. Fasten heißt ja nicht nur, ich bin den ganzen Tag happy und es ist alles super angenehm. Aber damit dann einen Umgang zu lernen und zu sagen, hey, ich komme damit zurecht und das schaffe ich und ich fühle mich danach gereinigt und neu und anders und besser, gibt eben diese Perspektive. Gibt auch eben oder kann eben zu mehr Selbstwertgefühl führen, zu sagen, hey, ich habe das geschafft. Was ich ganz spannend fand, in manchen Religionen wird ja auch gefastet. Ich habe mal gefragt, warum macht, also jemand, der der Religion angehörig war, hat mir das gesagt. Warum macht ihr das, habe ich gefragt. Und er meinte, es schafft ein verbindendes Element. In dem Moment, wo alle in einer Zeit fasten, weißt du wieder, wie es ist, weniger zu essen. Weil Nahrung ist ja was in unserer Welt, was kein Mangel mehr ist, sondern was im Überfluss da ist. Und in dem Moment fühlt er sich verbunden mit allen Menschen, die mehr oder weniger freiwillig fasten. Und das war auch eine ganz spannende Perspektive, der Moment der Verbindung. Also das wäre auch eine Empfehlung von mir, wenn wir so eine Veränderung anstreben. Das muss ja gar nicht alleine passieren. Wir alle streben nach Gemeinschaft und nach Zugehörigkeit. Gibt es auch Personen, mit denen wir das zusammen machen können und können wir uns da austauschen. Macht es immer leichter. Ja, das macht es immer leichter. Da sehen wir auch in unserer täglichen Arbeit die Menschen, die sich dazu entscheiden, gemeinsam zu fasten. Da kommen diejenigen eben auch leichter durch und setzen sich tendenziell womöglich auch mehr Ziele, weil man sich austauscht eben darüber. Weil es quasi noch mehr hilft, aus dem Alltag eben rauszukommen. Das fand ich durchaus gerade eine spannende Betrachtung. Und dieses, was braucht es, um einen Routinen-Kick-Off hinzubekommen, dieses aus dem Alltag raus, in irgendeinen anderen Raum eintreten, irgendwie Raum für Reflexion zu ermöglichen. Was würdest du denn sagen, was man noch machen kann? Weil es braucht ja nicht unbedingt immer, hoffentlich nicht immer unbedingt einen schlimmen Moment im Leben, der irgendwie sowas anstößt. Oder ich muss auch nicht jeden Berg besteigen, aber was kann ich noch machen? Ja, also Leidensdruck ist ganz häufig der Antrieb für Veränderung, dass man sagt, so wie es jetzt gerade läuft, bin ich nicht mehr zufrieden und ich muss was verändern. Aber genau das braucht es eben nicht immer, sondern man kann sich an seinen Werten orientieren. Was ist mir denn wirklich wichtig? Und wenn jetzt jemand sagt, hey, mir ist Gesundheit sehr, sehr wichtig, weil ich lange für meine Familie da sein möchte, weil ich mich vital bewegen möchte, weil ich die Freiheit haben möchte, auch im hohen Alter noch Dinge zu machen, die mir jetzt gerade möglich sind. Und dafür treffe ich eine Vorsorge. Das sind meine Werte. Und dafür muss man sich seiner Werte natürlich bewusst werden. Und wenn man diese klar hat, dann weiß man auch genau, was könnten daraus ausformulierte Ziele sein, zum Beispiel zweimal die Woche Gemüsesäfte trinken oder zweimal die Woche in Bewegung kommen oder jedes halbe Jahr Heilfasten zu betreiben oder wandern gehen oder was es auch immer ist. Was leitet sich daraus ganz konkret ab aus diesen Werten? Aber das Zurückkommen zu den eigenen Werten, zu dem, was mir wichtig ist, ganz persönlich, nicht was der Gesellschaft wichtig ist oder was meinem Oma und Opa wichtig ist oder meinem Vater, sondern was mir wichtig ist, das ist ein ganz elementarer Teil, der zu viel Motivation und Antrieb führen kann. Besonders in Zeiten, wo es mal nicht so gut läuft. Besonders in den Zeiten, wo wir sagen, wir sind eigentlich von der Spur abgekommen, wo es neblig wird im eigenen Leben. Und ich glaube, diese Momente kennt jeder, wo es eben irgendwie so diese Down-Phasen gibt, wo man eben nicht genau das sein bestes Ich ist, in Anführungsstrichen. Genau da helfen einem die Werte, sich zu orientieren und sich zu fragen, wofür lebe ich eigentlich, wofür steht mein Leben und was ist mir besonders wichtig. Und ich kann es für mich sagen, ich habe es aufgeschrieben, mir ist Gesundheit ganz, ganz wichtig. Einfach, weil Gesundheit auch Freiheit bedeutet für mich, weil Gesundheit Lebensgefühl bedeutet, weil Gesundheit Flexibilität bedeutet und weil Gesundheit sehr übereinstimmt mit einem anderen Wert von mir und das heißt Familienleben leben. Und das kann ich umso besser, je gesünder ich bin. Ich habe eine Tochter, die ist sechs und die würde ich gerne zumindest nochmal die nächsten 40 Jahre gut begleiten können. Also so eine schöne Betrachtung, gerade weil es so dieses Selbst in den Driver-Seat der eigenen Gesundheit zu kommen promotet. Also wir sind irgendwie daran gewöhnt, immer zu warten darauf, dass das System schon am Ende die Krankheiten löst. Aber so ist es eben nicht. Wir können halt ganz, ganz, ganz viel dafür tun, selber in dieses Driver-Seat zu kommen. Und wenn der Ansporn aus meinen eigenen Werten, aus meinem eigenen Antrieb heraus passiert und nicht von außen getriggert, ist das natürlich das Beste, was man machen könnte quasi. Deswegen ganz vielen Dank. Ja, total. Ich stimme dir da 100 Prozent überein. Wir sind ja im Moment noch, wir sind im Wandel, würde ich sagen, häufig in einem System, wo wir uns eher um Krankheiten kümmern und langsam umschiften, um in die Prävention zu gehen. Ich denke, durch die komplette Industrialisierung, die wir als Gesellschaft erfahren haben, dass in Städten, ich nenne es jetzt mal überspitzt, zusammengefärscht werden, was ja auch nicht unbedingt unserem natürlichen Habitat als Menschen entspricht, processed food zu genießen, industrialisierte Lebensmittel, dann die ganze Digitalisierung unserer Welt. Das ist nichts, was unbedingt zur mentalen und physischen Gesundheit beiträgt. Und daraus sich wieder rauszuentwickeln, ist eben auch was. Hey, Eisbäder, wir feiern das alle total. Früher war das normal, sich im eisigen Wasser zu waschen. Ich war drei Wochen auf Grönland und das war vor so einem Gletschersee und die hatten gar keine Dusche. Ich musste da jeden Tag in diesen verdammten See springen. Und er meinte einfach nur zu mir, du, das haben wir früher auch immer gemacht. Also das ist einfach total normal und heute werden Eisbäder gefeiert. Also wir sehen schon in unserer Entwicklung, wir bewegen uns in vielen Bereichen wieder dahin, wo wir herkommen. Wir haben aber manchmal keinen Bock, auf den Komfort zu verzichten, den wir uns so auch mit angeeignet haben. Aber der Komfort, in dem wir leben, der bringt halt auch seine Nachteile. Und ich glaube, dem Preis, dem sind wir uns lange nicht bewusst gewesen. Ja, du hattest gerade kurz gesagt, dass du dir das Thema Gesundheit zum Beispiel auch für dich aufgeschrieben hast, weil es ein sehr hoher Wert für dich ist. Gibt es da generell Strategien, die du empfiehlst, dass man sich zum Beispiel Sachen aufschreiben sollte, andere Tools, die du da irgendwie mit an die Hand geben kannst, damit man sich so ein bisschen mehr bewusst wird, was möchte ich eigentlich und welche Routinen sollte ich einführen, damit ich danach auch leben kann? Also das Erste, was wir tun können, ist uns informieren. Je mehr Wissen wir haben, desto bewusster gehen wir durch den Alltag. Wir wissen auf einmal, Bio-Label zu unterscheiden und wissen, hey, ein europäisches Gütesiegel ist was anderes als ein Bioland- oder ein Demeter-Gütesiegel. Wenn wir das wissen, dann können wir andere Produkte einkaufen. Wenn wir dann noch anfangen, uns mehr Zeit für die Nahrungsaufnahme zum Beispiel zu nehmen, eh mehr Zeit in unserem Leben, dann verändert sich auch viel, weil wir dann merken, aha, manche Lebensmittel schmecken anders, wenn ich sie langsam konsumiere. Also Bewusstsein in Form von Information, in Form von Entschleunigung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das Dritte ist, wir nehmen uns manchmal viel zu viel am Anfang vor. Ich empfehle, ganz kleine Schritte zu gehen und da dann Erfolgserlebnisse zu feiern. Wenn ich sage, ich möchte mehr Sport machen, dann heißt es nicht, ich melde mich sofort beim Fitnessstudio an und plane mir auf einmal, dreimal die Woche Sport ein. Das kann auch ein Weg sein und der mag für manche funktionieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Weg scheitert, ist größer, als wenn wir sagen, hey, ich gehe mal die ersten zwei Wochen immer nur die Stufen, also immer nur die Treppen anstatt irgendwelche Rolltreppen und Fahrstühle und ich mache zwei, drei Wege in der Woche mit dem Fahrrad. Dann bauen wir ein bisschen Muskulatur auf, wir bekommen die positiven Effekte und die Wahrscheinlichkeit, dass wir scheitern, ist geringer. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir Erfolge feiern, größer und dann kickt Dopamin rein und wir sind wie mit Rückenwind auf einmal unterwegs. Das ist was. Dann, was wir vorhin schon kurz angesprochen haben, sich Buddies zu holen, sich Gleichgesinnte zu holen. Wenn wir alleine unterwegs sind, ist es meistens schwieriger, aber wenn wir noch andere positive Effekte erfahren, durch ein Verhalten, was wir fördern bei uns, dann ist das total cool. Zum Beispiel Gemeinschaft. Gibt es irgendwelche Gruppen, wo wir uns darüber austauschen können? Gibt es eine Freundin, einen Freund, mit dem wir das machen können? Gibt es auch einen Austausch, der darüber stattfindet? Wenn ich dann sage, hey, ich fühle mich gerade so und so, dann erfahren wir Gemeinschaft plus gesundheitlichen Wandel. Also ich würde immer eine Kombination daraus machen und so könnte ich Routinen einschleifen. Das waren schon mal ein paar Sachen, aber es gibt natürlich noch viel mehr. Auf jeden Fall. Du hast gerade kurz das Thema Belohnung angesprochen. Bist du ein großer Verfechter von Belohnungssystemen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Woche schon durchgehalten habe, jeden Abend zu lesen, ist es gut, wenn ich mich dann mit einem schönen Abendessen belohne? Oder meinst du, das führt irgendwie in eine falsche Richtung, wenn man dann immer nur auf diese Belohnung hinfiebert? Ich glaube, sich selber zu feiern und zu belohnen, ist grundsätzlich etwas Schönes, weil es trägt zum eigenen Selbstwertgefühl bei. Man schreibt sich selber ja einen Wert zu. Darum bin ich es wert, mich zu belohnen. Andererseits, wenn ich sage, wenn ich eine Woche gelesen habe, dann belohne ich mich mit irgendwie einem schönen Abendessen, kann es auch dazu führen, dass die intrinsische Motivation zu lesen durch die Erfahrung des Lesens ein bisschen gekillt wird und wir dann denken, okay, extrinsisch motiviert ist die Phase, in der ich gerade bin, weil ich erwarte dieses Mittagessen irgendwie nach einer Woche. Schöner ist es, wenn wir merken, dass der Prozess des Lesens, um bei dem Beispiel zu bleiben, so wertvoll ist, dass ich das eigentlich weiterhin machen möchte. Ich glaube auch, dass das Schwierige manchmal nicht ist, eine Routine zu starten, sondern eine Routine durchzuziehen. Also das ist das viel, viel größere Thema. Also ich meine, es gibt ja viele Sachen, die machen es einem einfach, in eine Routine reinzukommen erst mal. Aber dabei zu bleiben, auch in Phasen, wo es einem eben nicht so gut geht, das ist halt manchmal das Knifflige. Und da finde ich immer, ist das Wichtige nicht, ob wir von den Sachen mal abkommen, sondern ob wir wieder zurück raufkommen. Ob wir in den Phasen, wo es schwierig wird, innehalten können, uns besinnen können, was ist uns wichtig und wieder raufkommen, ohne mit uns auf einmal in einen super negativen Dialog abzurutschen. Ey, hätte ich mir doch denken können, dass du das nicht durchziehst. So ein Schlappi, ey. Das hast du wahrscheinlich von deinen Eltern, die haben auch nie was durchgezogen. Oder was auch immer einem da durch den Kopf rollt. Das ist, glaube ich, eher der größere Punkt. Aber woran liegt das denn auch psychologischer Natur quasi, dass, wenn ich in einer schwierigen Phase in meinem Leben bin, das Routinen so schnell einreißen können? Weil es ist ja wirklich so, eigentlich gerade in einer Phase, sagen wir mal, geh mal vom Liebeskummer aus. Warum reißen da so Sachen so stark ein? Weil eigentlich gerade in dieser Phase bräuchte ich es doch eigentlich, dass ich mich gesund ernähre, dass ich Sport mache, dass ich mich gut mit mir selber fühle. Ja. Das ist so undrapportisch. Also zum einen, wenn wir jetzt Liebeskummer nehmen, sind ganz, ganz viele psychische Grundbedürfnisse eingeschränkt. Mein Selbstwertgefühl ist total runtergesetzt. Und dann sage ich auch nicht gleich, oh ja, ich bin es jetzt wert, dass ich mich um mich kümmere. Ich stelle mich da quasi aufs Abstellgleis. Mein Antrieb ist wahnsinnig geschwächt. Ich bin ja eigentlich psychologisch gesehen in so einer Art Depressions-, in so einer Art Low-Phase. Und Antrieb brauchen wir auch, um Routinen einzuhalten, die vielleicht manchmal gar nicht so gemütlich sind und die vielleicht auch noch nicht so wirklich Routinen sind. Und die Willenskraft ist auch total geschwächt in der Zeit. Also da gibt es Studien zu, dass unsere Willenskraft einfach runtergesetzt ist. Und wir brauchen eben auch Willenskraft. Und deswegen sage ich immer, wir haben so einen Sack voll Willenskraft am Tag. Die Sachen, die für uns wichtig und gut sind, sollten wir am Anfang machen und nicht am Ende des Tages irgendwie, wenn wir auf der Couch sitzen und denken, oh, jetzt führe ich nochmal eine wichtige Routine ein, wo ich den ganzen Sack schon tagsüber bei der Arbeit leer gemacht habe. Ich glaube, wir sollten wissen, dass wir mit diesem Sack Willenskraft sehr sorgsam umgehen, so wie mit unserer Kernkonzentrationszeit. Manchmal ist es ja schwierig, sich am Tag auch für unangenehme Aufgaben zu motivieren. Und häufig denken wir, jetzt beantworte ich erstmal ein paar E-Mails, dann mache ich das und das und dann komme ich zu dieser unangenehmen Aufgabe. Viel, viel besser ist es zu sagen, ey, was braucht eigentlich meine Kernenergie? Was ist die wichtigste Aufgabe des Tages? Und die gleich zuerst zu machen und durchzuführen und dann zu merken, wie ich a, mental entlastet bin, weil das von meinen Schultern drunter ist und wie ich es dann auch durchziehen konnte, weil ich eben diese Kernwillenskraft, diese Kernenergie zur Verfügung hatte. Total. Und meist war es ja dann auch gar nicht so schlimm. Ja, manchmal, ne? Klar. Und hey, viel, viel schlimmer ist, über Monate eine Aufgabe vor sich hinzuschieben, als sie durchzuziehen. 100 Prozent. Ich habe jetzt mittlerweile angefangen, zum Beispiel meine ganzen Themen in Brocken, Kiesel und Kommunikation einzuteilen und ich darf irgendwie in meinem Tagesablauf am Morgen nur auf die Brocken schauen, weil sonst rutsche ich da weg quasi und das hat sich total gut etabliert. Brocken zuerst. Ja. Ja, es gibt so ein psychologisches Sprichwort Eat the Frog first, ne? Also diesen unangenehmsten Frosch zuerst essen und dann kommt das andere und der Rest ist auf jeden Fall total ratsam und man weiß ja eigentlich immer, was für einen, ne? Wenn man rational raufguckt, das Wichtigste ist und da auch häufig in die Ratio zu gehen und die zu nehmen, um sich auch lenken zu lassen und nicht nur mit dem Gefühl, ach, geht jetzt gerade nicht und trotzdem mit Selbstwertgefühl mit sich sein, ne? Und gut mit sich umgehen. Also das ist auf der anderen Seite auch total wichtig, ne? Dass wir nicht irgendwie zum Drill-Sergeant werden, der immer noch einen größeren Brocken aufs Tablett legt. Geh jetzt mal davon aus, es ist leider doch passiert. Ich habe meine Routine etabliert gehabt, habe die 150 Tage lang durchgezogen und dann passiert irgendwas. Ich komme raus aus der Routine. Ich kann mich gut an die Situation in meinem Leben erinnern, wenn das passiert ist, dass ich danach so massiv demotiviert war, das nochmal anzufangen. Ich musste da auch irgendwie in der Vorbereitung dran denken, an Alan K., der hat doch dieses Buch geschrieben, irgendwie endlich Nichtraucher. Dann hat er nochmal einen Buch geschrieben und das hieß dann irgendwie, jetzt aber wirklich Nichtraucher oder so. Wo er dann eingegangen ist auf diese Menschen, die Armen, die da schon drinsteckten und dann so krass in der Prokrastination steckten. Was würdest du denn da empfehlen, weil es ja wahrscheinlich unglaublich viel mehr Kraft braucht, dann nochmals anzugehen? Ja, also das Erste, was man präventiv machen kann, ist sich schon mal, bevor man eine Routine bricht, einen Plan B zurechtzulegen. Was passiert, wenn ich die Routine breche und wie komme ich da schnell wieder auf den Track zurück? Ich habe eine Freundin, die ist auch Psychologin und die sagt immer, sie geht in ihrer Mittagspause joggen und der Plan B ist, in der Mittagspause auch bei Regen joggen zu gehen. Und das zieht sie halt auch durch, weil da gibt es wenig Ausreden. Weil sonst ist man ganz schnell so, oh nee, es regnet, ich gehe jetzt nicht joggen. Aber dann ist es ja der Plan B und dann rollt man es durch. Manchmal können so einfache Gedankenkniffe helfen, zu wissen, was tue ich denn, wenn ich mit meiner Routine breche und wie komme ich da wieder rauf? Das kann so etwas Einfaches sein, dass man einen Freund hat, der einmal die Woche irgendwie eine Nachricht schreibt, so, hey, wie läufst du mit deiner Routine? Was passiert, wenn wir eine Routine brechen? Wir kriegen natürlich ein schlechtes Gewissen. Auch hier wieder unser Selbstwertgefühl, ich habe es nicht hinbekommen, wird gesenkt. Und mit diesen unangenehmen Gefühlen, die sich da auftun, müssen wir dann erst mal umgehen. Und meistens vermeiden wir die gerne, indem wir sagen so, oh nö, ich gehe das Thema gar nicht erst an wieder und ich duck mich einfach weg und ich duck mich vor dem ganzen Thema weg, weil wenn ich an das Thema denke, kommen diese unangenehmen Gefühle auf. Kurz innezuhalten auch da und zu sagen so, oh ja, das fühlt sich gerade unangenehm an, dass ich mit der Routine gebrochen habe, dass ich nicht für mich selber gesorgt habe. Aber wenn das jetzt ein guter Freund wäre, dem das passieren würde, wie würde ich dann mit mir umgehen und sagen, vielleicht, hey, das kann mal passieren, du hattest gerade ganz schön krass Stress und manchmal brechen da ein paar Sachen ein. Wie schaffen wir es denn oder wie schaffe ich es denn, wieder auf die Spur zu kommen? Wie schaffe ich es denn, wieder den ersten kleinen Schritt in Richtung Routine zu machen? Nicht gleich, okay, jetzt ab heute wieder drei Tage die Woche, sondern was ist denn der erste kleine Schritt, den ich heute noch machen kann? Das ist, finde ich, für mich immer eine wahnsinnig wichtige Frage. Nicht zu sagen, wie können wir komplett das Leben umkrempeln, sondern was ist der erste kleine Schritt, den ich tun kann? Ich zum Beispiel suche gerade ein Grundstück in der Natur und was ist der erste kleine Schritt, den ich unternehmen kann dafür? Und das kann ich mich immer fragen und das ist ein spannender Weg auf jeden Fall. Also im Prinzip auch, dass man sofort in die Umsetzung kommen kann, dass der Impuls so klein ist im Prinzip, dass ich sofort was tun muss und nicht sagen kann, naja, dann starte ich nächsten Sonntag und dann schaffe ich das bestimmt. Ja, dieses Verschieben ist auch so ein Ding. Ich verschiebe erst mal all das irgendwo hin, wo ich dann wieder verschiebe und wieder verschiebe und schon ist es unter dem Tisch, sondern diese Microhabits, die sind ja relativ groß, auch durch ein großartiges Buch dazu, Atomic Habits. Das ist wirklich ein Game Changer. Ich wünschte gerade so ein bisschen, dass wir dieses Gespräch schon vor zwei Jahren geführt hätten. Ich finde es gerade so mein Problem. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das nicht gemacht habe, aber ich habe mir eine kleine Tochter bekommen und ich war so gut in meinen gesunden Routinen und im Sport drin vor Geburt und dann war es einfach danach alles weg. Und ich glaube, jetzt würde ich mich wahrscheinlich hinsetzen und sagen, so, ich schreibe mir so ein paar Pläne auf, ab wann und inwiefern kann ich die ersten Baby-Steps wieder machen danach. Und das, glaube ich, hätte mir möglich geholfen. Ja, 100 Prozent. Und was wir manchmal gerade in der Selbstständigkeit und aber auch mit Leuten, die angestellt sind, vergessen, ist, sich die Zeit für sich selber auch in den Terminkalender einzutragen. Das erlebe ich immer wieder bei Menschen und ich habe auch lange gebraucht, um das für mich zu tun, dass ich mir an bestimmten Tagen vor 11 Uhr keine Termine einplane, weil ich weiß, ich möchte da zum Sport gehen und meine Sachen machen und weiß auch, dass es mir gut tut, das durchzuziehen und zu machen. Also, ich gehe zum Beispiel gerne surfen, so eine Surfhalle. Ich gehe zum Beispiel gerne in die Natur und das dann auch zu tun und ich weiß, hey, egal, wie wichtig der Termin ist, es sei denn, es ist irgendwie ein Notfalltermin mit meiner Tochter, ich mache das und da kommt nichts rein. Man ist ja ganz schnell darin, seine eigenen Termine zu brechen und auf einmal was einzufügen, weil das jetzt doch so ein wichtiger Call ist und da geht es dann weiter und so, aber am Ende beschleunigen wir unser Leben auf eine ganz sonderbare Weise immer selber damit, immer mehr und immer mehr. Je schneller wir auf E-Mails antworten, desto schneller bekommen wir auch eine Antwort zurück. Und klar, manche Sachen müssen auch ein Stück weit abgearbeitet werden in der Routine, aber wie schnell, das können wir doch viel mehr selber definieren, als wir denken. Da sind wir viel mehr selber der Herr, die Herrin der Lage. Wichtig fürs eigene Leben, dass man das auch noch selber steuern kann. Ich habe da nochmal eine ganz andere Frage. Wir haben jetzt viel über Routine brechen geredet und du hattest ja zu Anfang schon erzählt, dass es fürs Gehirn sind Routinen so wichtig, weil das Abläufe sind, da muss man nicht mal viel drüber nachdenken. Ist es dann aber eigentlich nicht fürs Gehirn gut, würden wir Routinen öfter brechen, damit wir die Denkleistung mehr fördern? Ja, es kostet halt auch immer Willenskraft. Es kostet immer ein Bewusstsein, ein Neu-Motivieren und ja, also ist es gut, die immer wieder zu brechen? Ich würde eher sagen, nein. Es ist leichter für uns, in Automatismen zu handeln und gerade bei gesunden Sachen wollen wir uns das Leben ja erleichtern. Also klar, kann es auch gut sein, immer wieder rausgekommen zu sein und auch das Erlebnis als Erfahrung abgespeichert zu haben, zu merken, oh, das schaffe ich auch. Das heißt, ich muss gar nicht so hart mit mir ins Gericht gehen, wenn ich da mal abgekommen bin von. Vielleicht noch ein paar Worte zu diesem inneren Drillsat und vielleicht kennt ihr den auch, der Peitschenschwinger, die Peitschenschwingerin, wenn man mal was nicht hinbekommen hat, die dann immer parat steht und die Peitsche schon im Augenlid knallt. Das haben relativ viele Menschen, also eigentlich alle und das ist meistens aus zwei Erfahrungen, die wir gemacht haben. Einmal beobachten wir unsere Eltern, wie sie selbst mit sich umgehen, wenn mal was nicht gelingt und da zeigen die meisten Eltern einen relativ harten Ton zu sich selber und das ist auch der Ton, den wir bekommen haben. Es müssen nicht immer die Eltern gewesen sein, sondern auch Lehrer, Erziehungskräfte, Geschwister, enge Beziehungspartner. Was kriegen wir zu hören, wenn wir mal am Boden liegen und wir denken immer, wir brauchen so einen Arschtritt dann, wenn wir was nicht hinkriegen. Dabei sorgt das eigentlich dafür, dass wir in Stress geraten und in Stresssituationen gibt es nur drei Reaktionen. Wir flüchten aus der Situation, wir kämpfen oder wir haben den Todstellreflex. In jedem Fall unter Stress wird unsere Verdauung runtergesetzt, unser Immunsystem wird langfristig runtergesetzt und unser Wahrnehmungskanal verändert sich, der wird eingeschränkt. Das heißt, wir sehen nicht mehr die Fülle an Möglichkeiten, sondern nur noch diese eine Möglichkeit und eigentlich brauchen wir ja in Situationen, wo wir scheitern oder wo wir am Boden liegen, einen großen Blumenstrauß an. Hey, was ist denn noch möglich in der Welt und wie kann ich es denn noch anders angehen, um sich die einzigen Sachen rauszunehmen und zu sagen, hey, ich denke gerade, da gibt es gar keine Alternative, aber eigentlich gibt es eine Menge Möglichkeiten. Und ich meine, wenn man sich erfolgreiche Menschen anguckt, ganz häufig haben die einen Weg gefunden in Situationen, wo niemand einen Weg vermutet hätte, wo sie irgendwie was neu gemacht haben, und was anders gemacht haben. Und aus meiner Erfahrung hat es ganz, ganz viel damit zu tun, wie ich mit mir in diesen Situationen rede. Was ist der innere Dialog? Und den kann man auch zur Routine machen. Zu sagen, halt, stopp, was habe ich gerade für einen Dialog? Hey, wie würde ich eigentlich jetzt mit einer guten Freundin oder mit einem guten Freund reden? Und ich mache die Augen zu beim Reden, das ist vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber ich gehe häufig dann in das Gefühl rein, wie sich das anfühlt und es fühlt sich ganz gut an. Bisschen liebevoller zu sich selber sein. Das ist ganz wichtig. Ja. Ja, also du hast ja auch gerade, und das führt mich jetzt so ein bisschen zu einer abschließenden, inhaltlichen Frage, das Thema erfolgreiche Menschen angesprochen. Ich glaube, kaum jemand Erfolgreiches hat es geschafft, indem, dass er nach dem Quick-Shakes statt im Leben. Wir in der Gesundheit begegnen, aber immer wieder diesen Drang nach so diesem Quick-Fix. Also so, wir haben immer wieder KundInnen, die so hinterfragen, ach, wäre nicht die Abnehmenspritze einfach was für mich. Oder gibt es nicht irgendeine Pille, die am Ende mein Leben massiv verlängert? Wir versuchen halt immer wieder, die Menschen dazu zu bringen, Prävention und Gesundheit ist eben ein Marathon und kein Sprint. Warum ist das denn so, dass die Menschen nach diesem Quick-Fix so extrem streben? Weil irgendwie sagt man ja auch, so der Weg ist das Ziel. Ja, also unser Gehirn ist ein bisschen darauf ausgelegt, evolutionär bedingt. Und wir sind nicht, also wir sind dafür sehr, sehr prädestiniert, auf so ganz schnelle Lösungen reinzufallen. Die gab es eigentlich damals in unserem evolutionären Aufwachsen nicht. Es gab keinen Überfluss an Nahrung, es gab keinen Überfluss an Wärme, es gab das alles nicht. Und jetzt, wo es das gibt und auch scheinbare Quick-Fixe, die immer irgendeinen Nachteil haben, das muss man ja auch mal sehen, es gibt die ja de facto nicht. Also zeigt mir eine Sache, auch die berühmte Abnehmenspritze hat krasse Nebenwirkungen auf die Leute dann in Kauf nehmen und sagen, ja auch Elon Musk nimmt die oder wer auch immer, dann kann ich das auch machen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Elon Musk genimmt, aber ich habe irgendwas mal so in so einer zwölften Zeile von irgendeinem Bericht gelesen. Wir fallen darauf ein, weil es einfach ist. Und ey, wer mag nicht einfach? Wir alle haben Bock auf einfach. Für uns ist es immer wieder in Erinnerung, den Weg zu würdigen, zu sagen, in einem großen Verlust kann auch eine Erinnerung daran liegen, wie wichtig uns die Menschen sind, die uns noch verbleiben. In Tagen, wo wir niedergeschlagen sind, ist es ein ganz großer Kontrast zu den Tagen, wo wir sehr glücklich sind und voller Lebensfreude. wir, glaube ich, wertschätzen einfach diese Kontraste des Lebens nicht so gut, weil sie einfach eben so unangenehm sind. Und manchmal merken wir es, wenn wir durch so eine Phase durchgeschritten sind, reden wir jetzt mal von einer Lebenskrise, die wir erfolgreich gemeistert haben im Sinne von, und du hast ja gerade erfolgreiche Menschen gesagt, da würde ich auch gleich gerne nochmal kurz drauf zurückkommen, dass in dieser Krise sich ganz viel für uns verändert hat, vielleicht ein altes Muster, was wir an den Tag gelegt hatten, sich auf einmal verändert hat und wir andere Menschen geworden sind, die viel flexibler, offener sind und diese Sehnsucht, die wir in uns hatten, auf einmal verändern konnten. Ich mache euch mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich bin jemand, der Jahre oder wahrscheinlich sogar Jahrzehnte ein ganz großes Problem damit hatte, sich verletzlich zu zeigen und sich emotional zu öffnen, weil es in meinem Aufwachsen die Situation gab, dass ich sehr früh schon aus der Kindheitsrolle in eine Versorgerrolle gekommen bin. Und in der fühle ich mich auch wohl. Ich bin heute ein Mensch, der mehr als 20 Mitarbeiter hat, der ganz viele Geschäfte macht, der eine Familie versorgt, der da ist für die Familie und ich habe diese Rolle auch erfolgreich angenommen und gleichzeitig würde ich sagen, hat sie mich in eine Situation gebracht, wo ich sehr schwer Hilfe annehmen konnte. Und dann gab es immer wieder Krisen in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, wie wichtig es für mich ist, mich 100 Prozent zu öffnen und an diesen tiefsten weichen Kern Menschen ranzulassen und zu merken, diese Einsamkeit, die ich über Jahre, Jahrzehnte in mir gespürt habe, habe ich auch gespürt, weil ich nie die Tore aufgemacht habe. Und dafür können Krisen gut sein. Und vielleicht jetzt noch mal zu erfolgreichen Menschen. Ich glaube, in unserer Gesellschaft gucken wir ganz häufig auf erfolgreiche Menschen, auf das, was sie haben. Haben die irgendwie einen Lebensstil, den alle beklatschen können? Haben die ein großes Following? Haben die irgendwie große Sachen vollbracht? Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen, die aus meiner Perspektive Integra, werteorientiert, verbunden mit der Natur und mit den Mitmenschen leben, haben wir gar nicht auf dem Schirm, weil unser mediales System es nicht vorsieht, diese in den Mittelpunkt zu rücken. Weil die eigentlich von außen gesehen A, nicht das Mitteilungsbedürfnis haben und B, gar nicht so sonderbar sind, dass sie für die mediale Aufarbeitung irgendwie so wahnsinnig interessant wäre und ich würde mir wünschen, dass wir immer mehr einen Perspektivwechsel auf das bekommen, was eigentlich erfolgreich ist. Wir schließen aber ab mit der Frage unserer Podcast immer, dass wir unseren Gast, unsere Gästin danach fragen, was eben die Top 3 Routinen sind. Also Lukas, was sind denn deine Top 3 Routinen? Die dürfen natürlich auch mentaler Natur sein, aber wir freuen uns natürlich, wenn unsere HörerInnen daraus ein bisschen Inspo mitnehmen können. Ja. Boah, ich würde gerne eine Riesenliste aufmachen. Für mich eine der wichtigsten Routinen ist Gefühlsbereitschaft, zu seinen Gefühlen stehen, im Einklang zu meinen eigenen Gefühlen sein und verbunden zu den Gefühlen von anderen und nicht so schnell in die Muster reinkommen, sondern auch wenn es mal unangenehm ist, kurz innehalten und zu gucken, was ist eigentlich mein Wunsch dahinter und kann ich den präsentieren, offenbaren, mitteilen. Das ist Gesundheitsroutine Nummer 1. Gesundheitsroutine Nummer 2 ist, viel Zeit in der Natur verbringen. Rausgehen, in die Wälder, zu den Flüssen, zu den Meeren, und einen Kontakt zu dem aufnehmen, wo wir herkommen und die Verbindung spüren und daraus Kraft schöpfen und dann aber auch zu wissen, was wirklich schützenswert ist in dieser Welt und vielleicht auch zu merken, was wir als Menschheit, obwohl wir ein Teil davon sind, auch zerstören. Und das Dritte ist, was man da wahnsinnig gut machen kann, ist sich bewegen und das muss nicht immer krasser Leistungssport sein und an sein Limit gehen und daraus irgendwie eine neue Aufgabe formen, sondern es kann sein, dass wir einfach einen guten Spaziergang machen, es kann sein, dass wir locker joggen, es kann sein, dass wir kurz in den See hüpfen, ein bisschen schwimmen, was auch immer einem gerade an dem Tag gut tut, vielleicht ein bisschen Yoga, ein bisschen stretchen, aber das sind so für mich drei sehr wichtige Komponenten, die mir helfen, Kraft in Zeiten zu gewinnen, wo ich merke, dass ich mit meiner Batterie ein bisschen am Ende bin. Toll, Lukas, vielen, vielen Dank für diesen spannenden Einblick, deine Tipps und dein ganzes Wissen, ja, wir freuen uns darauf, bald wieder von dir zu hören. Vielen Dank. Sehr gerne. Bis dahin, macht's gut. Bis bald. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und freuen uns sehr über eure Bewertung auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und solltet ihr konkrete Fragen haben, schreibt uns super gerne eine Mail an podcast.calendme.de. Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Anregungen. Lukas Klaschinski Und egal, was man macht, die Konstanz zählt. Je mehr man in eine Gewohnheit kommt, desto leichter fällt es.